Guten Tag, hier spielt euer Peter Gen wieder und weiter geht's auf dem Schlachtfeld. Trupp bei der Plattform und warte auf Sie und Agent Haas, bevor wir vorrücken. Auf dem Weg. Aller Raketenwerfer. Das ist mal der Raketenwerfer, ist gar nicht so schlecht, Leute. Ah, da ist ja unser Freund Dell. Es wird ein harter Kampf, das Ding zurückzuerobern. Wir scheinen bereit zu sein. Truppler, wir holen die Plattform zurück und evakuieren den Mond. Und dann lassen wir die Reveille bezahlen. Ja, Commander, wir sind dabei. Für das Imperium! Du musst was hacken. Oh, okay. Okay, neue Fähigkeiten. Okay. 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 Das ist nicht so schlecht. Okay. 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 Okay, Leute, aha, sonst hielt ich, glaube ich, gar nicht so schlecht, Leute. Das war mir bestimmt immer ab, dass da A3 empfunden ist. Das schaffen wir nur, wenn wir alle Rebellen am Boden aushalten. Dann wissen wir, was zu tun ist. Husk, mitkommen. Allzeit bereit. Auf mein Zeichen. Auf mein Zeichen. Auf mein Zeichen. Oh, alter Schwede, Mann. Oh, alter Schwede. 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 Feuer frei. Sie haben einen Läufer. Runter. Ja. Commander. Die Rebellen haben ein ATF-Team. Kampfläufer ausgleichen los. Ich bin nicht so gut. Oh, alter Schwede. 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 Gehen Sie auf die Seite! Okay, die Waffe ist gar nicht so schlecht, Leute. Immerhin, wie ich, bleibe. Okay. Wir treffen uns oben bei dem Thai-Lieger. Ja, man. Verstanden. Da hinten war doch mal was, Leute. Da gehen wir doch mal hin. Okay, Leute, dann schauen wir mal, wie man die Thai-Fighter kriegt, Leute. Das ist diese Pfe renting. Wir haben einen Ausgabe, ich habe keine dr silly und her. Du. Das ist das, was man hier. Das ist die Gerne, warum nicht das? Das ist das Gerne. Da ist das Gerne, an der youle. Das ist das Gerne, weil du so erst�standen! Ich habe den Schraub. Dann gehen wir mal an den Kraftruppen. Kommander, Kontakt auf der Plattform. Feindliche Truppen sabotieren unsere Schiffe und verhindern die Flucht. Schaltet sie aus und sichert die Thai-Jäger für unsere Flucht. Unterm Feuerschutz abrücken. Ich freue mich drauf. Okay, Leute. Ui. Jetzt wird mal die Thai-Fighters uns holen, Leute. Ich bin mal gespannt, dass die Thai-Fighter anlaufen. Ah, dann wird mal die Thai-Fighter haben, Leute. Oh mein Gott. Hoherriff! Abt in den Thai-Dash. Haben Sie bereit sein? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich gebe Ihnen Deckung, Commander. Gehen Sie! Nein, gehen Sie. Ich gehe als Letzte. 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 Aber Leute, ich würde sagen, wir machen für heute wieder Feierabend, zum nächsten Mal wieder, euer Peter Gaming, tschüss, bis dann und P.G. bis Dein.